So, guten Morgen, willkommen zurück zu Decent. Ich, nein, stehe nicht auf meinem Kabel. Gut, ja, es geht weiter mit Decent des, was auch immer. Ich werde mir den Namen nie merken. Mit Level 10. Und in Level 10 habe ich gehört von Dingsbums, Flash Shredder, Schrägstrich, Dämon, Schrägstrich, der Typ da, dass es ein Geheimlevel gibt. Äh, Geheimlevel, Geheimausgang wollte ich sagen. Den werde ich natürlich suchen. Ich habe auch mal wieder geschaut, damit ich nicht zu lange suchen muss, weil meine geheimen Exit, äh, Geheimnissuchkünste sind etwas bescheiden. Äh, das will ich doch setzen, was gerade mal so gar nichts bringt. Und ich nehme heute mal mit Fraps 3.2.9 auf, weil da die Performance ein bisschen besser ist. Und... Ich versag erst mal total am ersten Gegner schon wieder. Der hat mich schon gesehen, das ist doch unfair. So können die mich sehen. Und wieder rote Roboter, auf rotem Grund. Hallo! Jaaa, der hat Zielsuchende. Jaaa, der... Da heizen wir erstmal alles rein, was wir haben. Auch wenn wir ihn gar nicht richtig treffen. Das ist erstmal egal. Hauptsache erstmal draufgeballert, wie ein Verrückter. Und, was wollte ich noch sagen? Ja, mit... Ah, die weichen aus. Und, oh Gott, ich glaube, ich lade gleich nochmal. Ja, gut. Wir laden da gleich nochmal. So wird das ja nichts. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm... Ähm... Ja, das ist ein bisschen schneller, also performance-mäßig besser. Ich hatte vielleicht gedacht, hey, vielleicht kann ich jetzt auf 1029x1080 spielen, aber... Nein. Das geht nicht. Da bricht die Framerate so auf 20, 25 Frames, in dem Bereich ist sie dann nur noch. Und wenn ich alle anderen grafischen Options... äh, grafische Verbesserungen ausschalte, tut sich gar nichts an der Framerate. Sie wird eher noch niedriger. Was irgendwie total unlogisch ist, aber es ist einfach mal so. Dafür habe ich jetzt, äh, RGB-Loseless-Aufnahme-Dingsbums da in Fraps angeschaltet. Ich hau ab. Das Geräusch fiel mir jetzt mal gar nicht. Das sind Conclusion-Missiles. Ich Idiot, ich habe die falschen Raketen. Äh, äh, äh. Das erklärt einiges. Warum sind wir denn... Ach, fick dich doch. Das ist ein verfliegter Gegner und die schaffe ich mal wieder nicht. Ach, bin ich nicht toll. Und meine Framerate droppt jetzt erstmal runter, warum auch immer. Und irgendwie fliegt die Rakete nicht so wirklich dahin, wo sie hin soll. Mach nicht so scheiß hier. Und was wollte ich noch sagen? Ja, ich werde ab sofort nicht mal mit... nicht mehr mit, äh... Ja, die fliegen irgendwie... Ach ja, richtig. Ich solle vielleicht in der Mitte dich anvisieren. Ist der bald mal tot? Wir gehen langsam wieder Raketen aus. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ah, jetzt sehe ich ihn wieder. Gut, er ist tot. Das lassen wir jetzt so. Das wird sonst eine Katastrophe... Na... Äh, ja. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas mit Windows Media Player? Genau, ich konvertiere meine Videos jetzt nicht mehr mit Windows Media Player. Sondern ab sofort nehme ich Abi Demux... Demax... Wie auch immer man das genau ausspricht. Mir ist scheißegal, mal wieder. Meine English-Skills sind ein bisschen klein und so, ne? Oder so. Und auf jeden Fall... Wir sterben. Ist doch noch mehr, oder? Ist das Gegner? Schießen wir doch einfach mal drauf. Es explodiert, also... War sicherlich nicht verkehrt. Ja, dann... Mir ist so eingefallen... Nee... Das ist... Lava. Nein, äh... Ich muss ja jetzt nicht mehr irgendwie zusammenschneiden, weil ich kann unbegrenzt lang hochladen. Von daher kann mir das egal sein mit dem Schneiden. Dann packe ich halt immer ein paar Reihen in den Ordner. Und von daher interessiert mir auch nicht mehr das recht bescheidene, äh... Interface, somit... Mit... Oh... Ein Kloaken-Device. Das muss ich noch ganz schnell Gegner finden. Was ich nicht tun werde. Und von daher kann ich auch das damit in... Äh, äh... Conver errendern. Was ist das denn? Das haben sie mir bestimmt gesagt im Intro, aber ich hab alles schon wieder vergessen. Weil ich merk mir so'n Scheiß ja nicht. Bisschen Shooter, da muss man sich keine Story merken, ne? Was ist das denn? Ich schieße jetzt mal volle Kanne rein. Oh oh, es hört gleich wieder auf. Und... Was wollte ich noch sagen? Ja, von daher würde ich das jetzt nehmen. Ach, das kommt von oben. Hm, Wand sieht nur so komisch aus. Schlippel. Ah, hallo, meine Freunde! Ah, ich bin in der Lava! Wer fickt das Scheißdreck? Ihr hinterlasst Schildenergie. Oder auch nicht. Oh, da ist ja noch einer! Hab ich gar nicht gesehen, ey! Boah, wer hat den Hintergrund gemacht? Roter Roboter auf den roten Hintergrund. Aber dasselbe rot natürlich, nicht irgendwie ein anderes rot, wo man dann sagt, ey, das ist... Meine Flair bringt grad mal überhaupt nix, stell ich fest. Aber mal echt überhaupt nix. Ah, toll. Ah, schieß die Raketen ab! Hm, kann man Raketen überhaupt abschießen? Gute Frage, sehr gute Frage. Das werden wir das nächste Mal herausfinden. Und... Von daher werde ich jetzt einfach mit anderen Einstellungen aufnehmen... Äh, aufnehmen. Konvertieren, wollte ich sagen. Na, mir sieht's vielleicht ein bisschen besser aus, du... Qualitätsmäßig. Hä? Ja, gut, obwohl wenn man Scheiße hochkonvertiert auf weniger Scheiße bleibt's ja trotzdem Scheiße, ne? Von daher... Macht euch mal keine Hoffnungen. Wird eh nix. Was macht denn da dauernd die Geräusche? Ach, da unten ist ja noch welche. Ah, das sind bloß so ein paar Typen, die mit Lasern und Raketen auf mich schießen. Dann war ich mir doch besser mal aus. W-was, was? Was ist denn das da unten? Keine Ahnung. Es ist sehr merkwürdig. Und jetzt ist es weg? Ist doch ein Trick. Ah, jetzt hab ich's gesehen. Boah, das sieht man auch so. Da ist es so mal überhaupt nicht. Aber echt mal überhaupt nicht, ne? Da haben sie Leveldesigner echt Mühe gegeben. Das muss für Leute... ...die Dings auf Insane oder so spielen echt bitter sein. So richtig verarscht zu werden für Entwicklern. Oh nein. So ein verkackter Bohrer. Oder irgend so was. Was weiß ich. Wie die Dinger heißen. Bohrer mit Uranmaschinenkanonen. Ich weiß es. Nur drei Gefangene? Weißt das, das ist ne kleine Mine? Ne kleine Mine. Der war gut, oh. Der war gut. Oh shit. Okay, das ist einfach. Okay, das war's. Und ich sehe da Energiefälle, das ich gerne hätte. Aber vorher hol ich mir die Homie-Missale. Yeah. Ich bin Homie-Baby. Oh, und dann gehen wir da unten rein. Von woher kam das? Ihr Arschgesichter, überall ist Cider und versteckt euch. Ah, die teilen sich die Kleine auf. Davon war nie die Rede. Was ist das denn für eine Cider jetzt? Mach ich doch auch nicht. Oder? Relativ. Ich verliere mal ganze Ausrüstung. Also so gesehen, verliere ich auch meine Dinge hier. Egal. Was wollte ich noch sagen? Äh, ja, genau. Ich, ich, ich rendere jetzt mit einem Programm. Und da kann man auch ganz viele Tasks auf einmal erstellen. Äh, Jobs meine ich. Und dann kann ich die einfach über Nacht laufen lassen. Dann geht das für mich viel schneller. Theoretisch. Wenn die Konvertierungen nicht irgendwie dreimal so lange dauern würden, auf guten Einstellungen, ne? Boah, jetzt langsam bräuchte ich mal wieder etwas Waffenenergie. Kaputt hier, kaputt. Was soll denn das? Äh, keine Waffenenergie. Ihr Rassisten. Das macht die nur, weil ich schwarz bin. Halt, Moment. Ich bin ja weiß. Ihr Rassisten. Das macht die nur, weil ich weiß bin. Oh, zur Hölle kommt das her. Laserquatch schnell. Ich glaube, die beste Waffe in meinem Archiv. Ey, in meinem Archiv. Ja, ich habe ein Waffenarchiv, nur also. Kein Arsenal, sondern ich habe ein Archiv. Ups, ja, falsche Taste. Gut, dass mir das nicht öfters passiert. Wooh. Wann wurde das denn erwähnt, dass... erwähnt, dass die sich aufteilen in mehrere Teile? Dann kann ich mich nicht erinnern. Laser. Ja, jetzt habe ich mehr als hundert. Also, jetzt schießen wir wieder wegen was. Weil das ist richtig sinnbefrei. Okay. Das war nur das Aufladegeräusch. Ganz ruhig. Niemand will dich töten. Niemand will dich töten. Nur die Lava. Und die 20 Milliarden Gegner, die da überall rumeiern. Und der da mit seinen zielsuchenden, überkackten Racketen. Die mich ja schneller erfassen, als ich wegfliegen kann. Ah, wir haben doch auch noch so zielsuchende Racketen. Homing Missile. Homing, Baby. Zwei. Drei. Reicht noch nicht. Der will noch eine Ladung. Vier. Fünf. Immer noch nicht. Sechs. Sieben. Na, also. Und was ist das da drin? Plasma-Kanone, wie es aussieht. Die nicht so stark ist mit meinem Laser. Level 4. Quad. Hallo. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Hab ich schon gewöhnt, dass ich es wusste? Oh Gott. Ich stelle fest, das wird langsam richtig unlustig. Und die sind alle so verkackt rot. Wer hat sich das ausgedacht? Okay, wenn ich sie nur grob einfach mal in die Richtung feuere, nimmt sie kein Ziel auf. Wäre auch zu schön gewesen. Äh, hast du eine Fernkampfwaffe? Nein. Finde ich schon mal schön von dir, dass du keine... Brauche auch nicht. Ich töte mich schließlich sehr gut selbst. Also, da brauche ich im Prinzip gar keine Egner. Ich könnte auch gut auf der niedrigsten Stufe spielen, weil... Ich würde mich selbst am meisten aufhalten. Was? Fick dich. Aaaaaah! Langsam wird das Spiel richtig unfreundlich. Ich glaube, ich habe da auf der anderen Seite noch einen gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Na, komm du her. Hier, hau ich jetzt. Ach, jetzt kommt er nicht mehr, oder wat? Na, da fliege ich lieber weg. Die sind so unangenehm. Die sind echt nett. Das... Ich mag dieses... Diese Gegner mag ich einfach nicht, ne? Ah, Fick dich. Lieg weg! Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe immer noch das CSN. Conclusion. Conclusion. Was ist da rechts? Äh, links? Da ist auch noch irgendwas. Toll. Damit der Spaß auch nicht langweilig... Ah, das ist keiner mit Raketen. Nein. Das ist ein ganz Lieber. Der hat nur Laserbälle. So, wen erschieße ich jetzt? Und schnell wieder weg. Ja. So, ähnlich habe ich Call of Duty auf der höchsten Schwierigkeitsstufe durchgespielt. Oh Gott, habe ich da aufgeladen und gespeichert. Äh. So schon mal nicht. Und schieße halt noch mehr Raketen auf mich. Jetzt bräuchte ich Cloakendevice. Aber jetzt kriege ich es nicht. Nein. Ah, Moment. Wenn ich vielleicht nur ganz, ganz knapp rauskomme. Ich habe ihn getötet. Boah. Ja, jetzt weiß ich, was Dämon war mit Beine, dass das Level sehr unerfreulich für mich werden könnte, wird. Ja. Egal. Ich beiß mich da durch. Ich kenne da nichts. Denn ich habe schließlich Hunger. Wo kommt der denn jetzt her? Und ich sehe da eine Smart Bomb. Wie viel kann ich von denen überhaupt tragen? Wahrscheinlich auch nur fünf oder so. La 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 la. Extra life. Yeah. Kann ich jetzt die so Raketen? Boom. Tot. Haha. Das war doch wohl klar, du Idiot. Oh, Waffenenergie. Genau, was ich brauche. Ich habe ja auch keine Aufladestation in der Nähe. Nein. Wie wäre es mal mit Schildenergie, ihr Vollpfosten? Ihr Rassisten, ihr elendig. Oh, Schildenergie. Wie wäre es mal mit unendlich Unverwundbarkeit? Oh, unendlich Unverwundbarkeit? Aber sowas denken die ja immer nicht. Nein, da muss man mir mit Cheats nachhelfen, damit man sowas Normales, das doch ganz Normales im alltäglichen Leben auch, bekommt. Wo ist der Haken, wenn ich da reinfliege? Das sind so viele schöne Waffen. Gott. Und jetzt nochmal so. Äh. Exit. 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 Pfff. Ich glaube, da ist ein Exit. Nicht? Erzählst die nicht. Mensch. Ich habe doch hier so, so, so eine rote Karre. Hier habe ich beim... Hallo, Gegner. Äh, es ist in der Nähe beim roten Geg... Beim roten Tor? Ah, das könnte vielleicht sogar schon der Secret Exit sein. Also es soll auf jeden Fall in der Nähe vom roten Tor sein, habe ich gelesen. Wo auch irgendwie so Hulks... Äh, heißen die Viecher Hulks... ...auf einen schießen sollen. Ich sehe da drüben oben, aber keinen. Und ich schreie es, Raketen nehmen auch mal wieder kein Ziel an. Halt echt nicht, ne? Find's doch selbst raus, du Arschloch! Und versuch's nicht hier mit Raketen, ne? Weil... ...wir machen das nicht für dich, ne? Weil du musst dich schon selbst töten lassen, um zu sehen, wo der Gegner ist. Ich vermute einfach, er ist links. Da ist er schon mal definitiv nicht. Er ist... Gut, dass es nicht in alle Richtungen gleich aussieht. Das wüsste ich jetzt, wo er ist. Sohro? Moment.